Was wäre, wenn? Wenn ein Baum sein Leben erzählt, die Geschichte eine ganz andere Wendung erhält, wenn ein Regenwurm keinen Regen mag, weil er als Kind viel lieber in der Sonne lag, wenn eine Vogelscheuche die Vögel liebt und viel lieber die Menschen besiegt, wenn es keine Waffen auf der Erde gäbe, dann die Welt im Märchenland lege?